Der arabische Begriff Da'alhab, Da'alhab, DMG, Daru Elhab heißt wörtlich übersetzt Haus des Krieges oder besser Gebiet des Krieges und bezeichnet alle nicht unter islamischer Herrschaft stehenden Gebiete der Welt, die kein Da'ala HD sind. Die Bewohner der Da'alhab sind die Abbes, für die eigene rechtliche Bestimmungen gelten. Weitestgehend mit gleicher Bedeutung wie Da'alhab wird auch der Begriff Da'al-Kur, wörtlich Gebiet des Unglaubens, gebraucht. Im Gegensatz dazu werden Gebiete unter islamischer Herrschaft Da'al-Islam genannt. Der Begriff taucht nicht im Koran auf, sondern geht Yusuf al-Karadawi zufolge auf den Begründer der Hanafitischen Rechtsschule, den islamischen Rechtsgelehrten Abu Hanifa, zurück. Kriegszüge gegen die Da'alhab werden aus traditioneller Sicht des Islam nicht als Kriege betrachtet und deshalb auch nicht als solche bezeichnet, sondern als Öffnungen. Nach traditioneller islamischer Auffassung kann es keinen Salam mit der Da'alhab geben, sondern nur eine zeitlich begrenzte Hutna. Kriege gegen die Da'alhab werden traditionell als Dschihad bezeichnet. Wer den Dschihad betreibt, wird als Mujahid PL, Mujahidun, bzw. im Genitiv und Akkusativ Mujahidin bezeichnet. Der Dschihad ist keine Pflicht des individuellen Muslims, sondern Pflicht für die Gesamtheit der Muslime. Wer während des Dschihad getötet wird, geht als Schahid, wörtlich übersetzt Zeuge, Märtyrer unmittelbar in den Himmel ein, wo er von den sogenannten Paradies-Jungfrauen und anderen Freuden umgeben ist. Nach ursprünglicher Auffassung ist es einem Muslim verboten, in der Da'alhab zu leben, und er muss, wenn es ihm irgend möglich ist, Von dort in die Da'al-Islam auswandern, in späterer Zeit wurden Begriffe wie Da'asul und gleichbedeutend Da'al-AHD geschaffen. Sie bezeichneten Gebiete, die einen Vertrag mit der Da'al-Islam geschlossen hatten und tributpflichtig waren. Aus diesen Gebieten mussten Muslime auch nicht zwingend auswandern. Nach der britischen Eroberung Indiens erklärten Religionsgelehrte wie Sayyidah Matka, dass jedes Land, in dem die Muslime ihre Religion praktizieren dürfen, als Da'al-Amann zu betrachten sei, womit die Pflicht zu Dschihad oder Auswanderung entfalle. In diesem Sinne betrachteten nach der Teilung Indiens 1947 viele Muslime Indien als Da'al-Amann. Viele indische Muslime blieben aber der traditionellen Auffassung treu und wanderten nach Pakistan aus. Diese späteren Begriffe sind aber umstritten, da die islamischen Madahib etwa seit dem 11. oder 12. Jahrhundert jegliche Neuerung ablehnen. Genaueres über Neuerungen steht im Artikel FIQH. Da spätestens seit dem Ende des Kalifats 1924 kein islamischer Staats- und Herrschaftsverband mehr existiert, gibt es in den jeweiligen muslimisch dominierten Nationalstaaten sehr unterschiedliche Auslegungen und Anwendungen des islamischen Rechts. So auch des Konzepts von Da'al-Hab, es hat heutzutage nur noch geringe Bedeutung.